bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Heute machen wir das neue Turnieren mit den Punkten, also pro Kill kriege ich meinen Punkten Es gibt 5 Tage heute Ich werde zocken heute und natürlich zocken einfach nur auf ein paar Kills gehen Ich habe halt eine Runde mit mich eingespielt eigentlich nur 2 Kills gemacht und ja Ja Ich habe mal Dezeln groß Dann bin ich gleich in Ruhe in Ehrenmann Ich mache kein Crossy mit ihnen, ich renne einfach nur weg Ich bin dir und das ist in Ruhe Ich finde die Leute immer ass und zählen die, was am Anfang immer killen Dezent los Ich will nicht mit dem Team, Junge, das checkst du nicht Äh, ich weiß nicht, das hat die Schreibung geschnitten Crossteamer Ich will nicht mit dem Team Ich schwöre Aber ich will jetzt auch nicht so ehren wenn wir so einen Nerven abknallen Geh weg und eint mein Auto eben auf dich So Schwätzer ist da Keine Mets Gigi Ich kann eigentlich nichts machen Null Mets, Garnets, Hada Niente Ach ja Schade Ich will jetzt ja nichts noch nicht wieder Bis gleich Oder wenn ich irgendwas geiles reiße Ich bin jetzt 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 Lecker Nehme ich mit Da ist auch noch einer Ah Nice Schmeckt die, schmeckt, schmeckt Ah Die Schmeckt, schmeckt was mir hat aufgefallen ist jungs beim schneiden gerade mit dem ein clip was ich kann also merkt euch die runde was nach der runde kommt habe ich gesagt ich bin euch ein clip ein wo ich drei kills gemacht habe ich konnte einen clip meist nicht geklippt habe also sorry jungs aber lasst euch die runde einfach weiter gefallen es ist eine geile runde ok jungs wir sehen jetzt ist gleich den clip wie ich die drei Leute gekillt habe also jetzt davor habt ihr es gesehen schätze ich mal wenn ich es eingeblendet habe drei kills wir haben schon mal einen punkt safe glaube ich bin gar nicht sicher auf jeden fall ich habe gerade noch ein redner gesehen ich habe mir one shot geschossen ich habe an welchen teilen wird gepläst habe ich erkläre es falsch nicht eingeblendet habe die haben kaputt machen beide one shot ich hatte die infarie gewehr habe einfach beide gekillt mit auto im skill 0 gehirn 0 lack 100.000 prozent wo sind die ich mal da sind nicht oder oder ich dass wenn ich wurde ich ich tatsächlich ich 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 hab noch nie mit ihm gefahren Zwei Gegner Oh mein Gott, Alter Ich hab ein Lagerfeuer Er hat so ein bisschen Bitte, hätte nicht mehr Danke Oh mein Gott Oh mein Gott, fünf Kills Sechs Punkte Oh mein fucking Gott, Alter Oh Gott, oh Gott, oh Gott Da ist er Oh mein Gott 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 What the fuck ist grad mit mir los Jungs? Sagt mir's bitte, sagt's mir Sagts mir Was ist mit mir fucking los? Oh ich geh in die zone drauf ja ich geh in die zone drauf ach Junge dann ernst neun punkte ein kill oh mein gott das wär so geil ein kill ein einzigster kill das ist ja so geil ich hab direkt mein ziel erreicht zehn punkte sechs kids im turnier oh mein gott neun punkte ich komme gerade nicht drauf klar alter schwede scheiß drauf ich mache es ich beende es nicht also ich schneide jetzt nicht alle ich lasse die ohne weiterlaufen egal ob ich jetzt gehen oder nicht ich hab meinen punkte ne da hab ich sieben jetzt eh ne verkackt ne aber scheiß drauf langs oh mein gott alter so schöne kills wunderschön oh mein fucking gott ich kann absolut nicht drauf klar ich weiß sagt das sind nicht viele kills ja für euch ja für mich sind das mega viele kills mein ich weiß es lachen nicht viel aus aber mein killer ist größer als sieben kills ich will bloß gewinnen da muss man sagen nein ich will gucken die zone macht ein scharfer und und ich check das spiel nicht mehr schrecklich das jump hat oh mein gott sieben fucking kills alter zehn punkte noch mal ziehen Das war's für heute. Neun fucking Kills. Oh mein Gott. Da war einer gut. I drift geused mega. Ich benutze es auch wenn ich noch hinkomme. Nooo. Dann nehme ich das cool Ding hier. Bleib hier. Alter Schöne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein kill Rekord. Neun kills. Ich kann mich nicht mitnehmen. 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 Ähm. Minis. Gut. Gut, dass ich das mitnehme. Jetzt ist schön von hier oben. Und das weitere Kern. Das war schon so. Das war schon mal ein Bild. Der hat von oben angeschossen. Der hat am Computer. Oh mein Gott. Der pieknet, der burscht, schau, die Fängigkeit, ich brauch auch keine Angst zu haben. Nein, ich mach mir jetzt ungewühlen. Ich bin nachher an Apex geworden, dass die Schüsse gerade aufkommt. Nein, er hat einen Rocket Launch, okay. Oh mein Gott. Okay, ich probier was. Ich hab so drauf, keiner Rocket Launcher hat. Ist mir egal. Ist mir egal. Nein, 10 kills. Oh mein Gott, was ist los. Oh mein Gott, ist alle lagern ab und da. Oh mein fucking Gott, 10 kills. 10 verfickte Kills. 10 verfickte Kills. 10 verfickte Kills im verfickten Turnier. 15 Punkte im Turnier und 10 Kills in der Runde. Ich komm nicht drauf, klar. Ich bin am aufnehmen. Ich bin auf YouTube hochgelegt. Mir scheißegal, ich bin jetzt nicht mehr auf die Folge. Alle like und abonniere Teil des scheiß Videos. Mir geil, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.